Es kann niemand garantiert werden, dass Hillary Clinton wählen wird und auch nicht, dass Donald Trump wählen wird. Es sind viele Personen und Institutionen involviert und wir werden den Beweisen nachgehen. Wir werden die Unterstützer entlarven, die hinter verschlossenen Türen dieses Verhalten ermöglicht haben. Wer weiß, was im Obergeschoss oder im Keller mit den Kameras vor sich geht? C. Combs wird derzeit im Metropolitan Detention Center festgehalten und wartet auf seinen Prozess, da er mit mehreren Anklagen einschließlich Menschenhandel konfrontiert ist. Wir untersuchen die Verbindung zwischen Hillary und Bill Clinton und der Diddy-Saga und was dies für den bevorstehenden Prozess bedeuten könnte. Gibt es mehr hinter dem glanzvollen Lebensstil, für den wir Diddy kennen? Was geschieht hinter den Mauern seiner Villa? Wir werfen einen Blick auf Lil Rodds Klage gegen Diddy, um besser zu verstehen, warum Hillary Clintons Verbindung zu Diddy ihrer politischen Karriere erheblichen Schaden zufügen könnte. Begleiten Sie uns, während wir aufdecken, wie das neue Filmmaterial von Diddy und Hillary Clinton alles verändert. Ob umstritten oder nicht. Diddys Festnahme am 16. September hat verschiedene Theorien und Annahmen ausgelöst, insbesondere aufgrund seiner Verbindungen zu führenden Persönlichkeiten aus verschiedenen Branchen. Die jüngste Kontroversen, die die Gerüchteküche anheizt, ist ein kürzlich aufgetauchtes Bild von Diddy mit Bill und Hillary Clinton. Es wird behauptet, dass ihre Beziehung bis zur Democratic National Convention zurückreicht, wo Diddy eine bedeutende Rolle in Hillarys Wahlkampf spielte. Diddy hatte zuvor Hillarys Kampagne unterstützt, als sie für den Senat in New York kandidierte. Wenn ich auf den Boden des Senats gehe, um zu wählen, wähle ich über die wirtschaftlichen Verhältnisse. Es sind verschiedene Listen im Umlauf, die Hillary Clinton als Teilnehmerin der Freak-Offs nennen, die von Diddy organisiert wurden und das war ein wichtiger Faktor für die Probleme, mit denen er derzeit konfrontiert ist. Wenn die Vorwürfe nicht zutreffen und Hillary nie an diesen Partys teilgenommen hat, sollten wir dann nicht die Vorstellung in Frage stellen, dass die Gesellschaft, in der man sich bewegt, ein direktes Abbild seiner selbst ist? Ein anonymes Nutzerkommentar zu einem inzwischen gelöschten Beitrag über das trendende Bild von Diddy und Hillary Clinton bezeichnete sie als alte Airtide, einen Namen, von dem er behauptete, dass er ihr bei den Freak-Offs gegeben wurde. Die Vorwürfe mögen weit hergeholt und ein billiger Versuch eines bestimmten Lagers sein, Hillarys Namen zu verleumden, aber lassen Sie uns nicht die direkte Verbindung ihres Mannes zu Jeffrey Epstein übersehen, der wegen Menschenhandels angeklagt wurde. Könnten Sie uns bitte Ihren Namen nennen? fragte Jeffrey Epstein in einem Fall. Er wurde zum Schweigen gebracht, bevor er die vielen Geheimnisse, die er über unsere politischen Figuren hatte, ausplaudern konnte. Dan Bongino, der lange Zeit mit Hillary Clinton gearbeitet hat, deutete an, dass der Fall, der Diddy und den Menschenhandel betrifft, Hillary nicht fremd ist. Der Fall, Sean Colms, ist größer als Sie denken. Er ist kein Fall, der Sie nicht betrifft. Wir verwenden die Clinton-Stiftung als Tarnung, um ihre Menschenhandelsoperationen zu betreiben. Diddy, Sie und Epstein sind alle mit denselben Personen verbunden. Ende 2016, während der US-Wahlkampagne, verbreitete sich ein virales Internetgerücht, das Mitglieder der Demokratischen Partei beschuldigte, an illegalen Zusammenkünften im Keller einer Pizzeria in Washington teilzunehmen. Obwohl von Anfang bis Ende erfunden, schadete der Pizzagate-Skandal Hillary Clintons Wahlkampf gegen Trump. Pizzagate ist Teil der weit verbreiteten und wütenden Verschwörungsmythologie, die sich um die Schattenfigur Q und ihre QAnon-Community zentriert, die behaupteten Trump bei der Zerschlagung eines angeblichen Netzwerks, das die Demokraten, Hollywood und globale Eliten involvierte, zu unterstützen. Diese fiktive Geschichte wurde durch den realen Skandal von Jeffrey Epstein, dem einflussreichen Finanzier mit seinem umfangreichen Netzwerk, angeheizt, der am 6. Juli 2019 wegen Menschenhandels verhaftet und einen Monat später am 10. August tot in seiner Zelle aufgefunden wurde. Die Ermittlungen hatten ein organisiertes System aufgedeckt, das sich an jugendlichen Mädchen schadete. Infolgedessen hofften Teile des Trump-Wählerspektrums vergeblich auf erdrutschartige Enthüllungen, die ihre demokratischen Gegner belasten würden. Dennoch haben viele Trump-Anhänger nach 2020 Videoclips von Joe Biden in der Nähe kleiner Mädchen zusammengestellt, die unangemessene Tendenzen andeuten. Auch seine Vizepräsidentin Harris wurde mit KI-generierten oder bearbeiteten Bildern gezeigt, die sie neben Epstein zeigen. Die erste Beschwerde über Misshandlungen, Zwang und Menschenhandel wurde am 16. November 2023 gegen Didi eingereicht. In den folgenden Monaten kamen fast ein Dutzend weitere hinzu, als sich ein Bild eines organisierten Systems von Fehlverhalten abzeichnete, das in seinem Umfang mit den gegen Epstein erhobenen Vorwürfen vergleichbar ist. Im März, als seine Residenzen gerade durchsucht wurden, lauteten die Schlagzeilen, dass Didi ein aktiver Unterstützer der demokratischen Partei gewesen sei. Spekulationen kamen auf, warum die Durchsuchung durch das Ministerium für Innere Sicherheit und nicht durch das FBI durchgeführt wurde. Gerüchte werden für immer Gerüchte bleiben, aber eine Frage bleibt. Könnten Didis politische Verbindungen ihm als leidenschaftlichem Demokraten einen gewissen Grad an Straffreiheit verschaffen? Inmitten von Didis laufendem Rechtsstreit kursiert eine angebliche Gästeliste von seinen berüchtigten Partys online. Die Liste wurde am 2. Oktober von der Facebook-Seite Astral Conspiracy geteilt und umfasst Namen aus der Musik, Hollywood, Politik und Sportwelt. Während der Democratic National Convention 2004 spielte Didi eine Schlüsselrolle bei der Mobilisierung junger Menschen für die Partei. Er führte MTV-Interviews mit jungen Delegierten und demokratischen Führern wie Barack Obama und Hillary Clinton. Didi unternahm einen letzten Versuch, die schwarzen Wähler für Obama während der Präsidentschaftswahl 2008 zu gewinnen und trat bei der Last Chance for Change Rally in Fort Lauderdale, Florida auf. In einem Podcast-Interview mit Charlemagne the God im Jahr 2020 erklärte Didi, dass weiße Männer wie Trump verbannt werden sollten. Didi zeigte seine Unterstützung für den damaligen Kandidaten Joe Biden und gründete sogar 2023 die politische Black Party. Dem Rapper wurde der Schlüssel zu New York City überreicht, den er jedoch auf Bitte des Bürgermeisters Adams zurückgab, nachdem ein Video aus dem Jahr 2016 angeblich gezeigt hatte, dass der Rapper seine frühere Freundin, die Sängerin Cassie Ventura, schlecht behandelte. In einem Schreiben informierte Adams Didi darüber, dass der Schlüssel widerrufen wurde, was Didi dazu veranlasste, ihn zurückzugeben. Am 10. Juni gehörte Colmes zu mehreren Dutzend schwarzen Individuen, die im August 2020 einen Brief an Biden schickten und ihn baten, einen schwarzen Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten auszuwählen. Der Brief schien auf Gerüchte anzuspielen, dass Harris zu ehrgeizig sei, um seine Vizepräsidentin zu sein. Laut Experten würden Didis Rückgang der Popularität und mehrere belastende Vorwürfe gegen ihn Schande und Schmach für Prominente und Royals mit sich bringen, die während seiner Glanzzeit öffentlich mit ihm gesehen wurden. Man glaubt, Didi habe die Stars benutzt, um im Hintergrund zu bleiben. Didi manipulierte die britischen Royals und andere wichtige Persönlichkeiten, erklärte Nick Edd, ein Marken- und Kulturexperte. Er beschrieb Didi als einen cleveren Manipulator, der sein Vermögen, seinen Rang und seine Berühmtheit genutzt habe, um sich den einflussreichsten Menschen der Welt zu nähern. Sich mit der Royalität und der Regierung zu verbinden, ermöglicht es ihm, fast unantastbar zu werden und sich im Rampenlicht zu verstecken, was wir als ein ähnliches Merkmal von Eppstein und Weinstein erkannt haben. Könnten seine politischen Verbindungen ihn aus dem Schlamassel retten, in dem er sich befindet? Würde ihn seine fortgesetzte Haft dazu bringen, Geheimnisse auszuplaudern, die besser ungesagt bleiben sollten? Dies ist ein laufender Fall, bei dem man nicht blinzeln sollte. In der 73-seitigen Klage arbeitete Lil Rod an Didis Love Album, wo angeblich Didi gelegentlich Lil Rods Telefon benutzte, um sowohl ihn als auch sich selbst aufzunehmen. Es wird gesagt, dass dies Lil Rod ermöglicht habe, hunderte von potenziell belastenden Beweismitteln gegen Didi und sein Personal zu sammeln, die angeblich in illegale Aktivitäten verwickelt waren, einschließlich des Anhebens von Getränken bei Freak-Off-Partys, Erpressung und sogar Mord. In seiner Klage gegen Didi beschuldigt Lil Rod Didi, wiederholt unangemessene und nicht genehmigte Berührungen in Bereichen vorgenommen zu haben, in denen er sich unwohl fühlte, da er angibt, dass sie nie zuvor in dieser Weise interagiert hatten. Lil Rod behauptet, er sei angeblich gezwungen worden, in Didis Badezimmer zu arbeiten, wo Didi oft ohne angemessene Kleidung herumlief oder in einer durchsichtigen Kabine duschte. Lil Rod gab an, diese Bedenken Christina Koram, Didis Chief of Staff, mitgeteilt zu haben, die die Beschwerden angeblich abtat und vorschlug, dass Didi immer er selbst sein würde. Zudem wird behauptet, dass Didi ausdrücklich den Wunsch geäußert habe, eine intime Beziehung zu Lil Rod einzugehen. Darüber hinaus soll Didi versucht haben, seine Publikationen zu stehlen, indem er Lil Rods Verbindung zu Stevie J als Druckmittel nutzte. Druckmittel. Lil Rod verehrte Stevie J als Mentor und Didi soll angeblich seinen Einfluss in der Musikindustrie ausgenutzt haben, um Lil Rod unter Druck zu setzen, gegen seinen Willen zu handeln, indem er ihm Chancen versprach, Stevie J zu treffen und möglicherweise an Aufnahmen mit ihm zu arbeiten. Laut den Vorwürfen soll Didi sogar Lil Rod ein Video von Stevie J in einer intimen Situation mit einem anderen Mann gezeigt haben, um solche Aktivitäten unter den Eliten der Musikindustrie zu normalisieren. Didis angebliches Ziel war es, eine Beziehung zu Lil Rod aufzubauen, da er angeblich romantisches Interesse an ihm hatte. Es wird behauptet, dass Didi Lil Rods Produzentenanteil zurückgehalten habe, um ihn zur Konformität zu zwingen, was letztendlich dazu führte, dass Lil Rod eine GoFundMe-Kampagne starten musste, um Mittel für einen Fall gegen Didi zu sammeln. Das RICO-Unternehmen, das angeblich von Christina Kuram geleitet wurde, wurde als illegale Tarnung beschrieben, die Didi zur Durchführung seiner verschiedenen mutmaßlichen Verbrechen genutzt hat, wie in einer aktuellen 14-seitigen Anklageschrift dargelegt. Es wird behauptet, dass sein Zugang zu Substanzen und Schusswaffen aufgrund seiner Verbindungen zu lokalen Banden und deren Anführern zustande kam, sowohl in Los Angeles als auch in Miami. Es wird gesagt, dass Didis Immobilien ein Arsenal an Waffen und große Mengen an Substanzen enthalten. Kuram soll angeblich Didis Mitarbeiter angewiesen haben, einen Bauchtasche mit Substanzen zu tragen, um sicherzustellen, dass er ständig versorgt ist. Das RICO-Unternehmen soll mit Zwang im Kern betrieben worden sein und Lil Rod behauptet, Gespräche über die Kontrolle der Strafverfolgung, das Eliminieren von Personen und das Bestechen von Zeugen, einschließlich Geschworenen, die in den Schießereien in New York City 1999 verwickelt waren, belauscht zu haben. Es wird behauptet, dass Didis Partys vom RICO-Unternehmen finanziert wurden und Berichten zufolge von einflussreichen Führungskräften der Musikindustrie einschließlich Lucien Grange, dem CEO von Universal Music Group, besucht wurden, um ihnen zuzuhören. Diese Zusammenkünfte sollen angeblich erwachsene Entertainer, minderjährige und illegale Substanzen umfasst haben. Fahim Muhammad, der als Kopf der Sicherheitsabteilung von Didi gilt, soll über die Fähigkeit verfügt haben, diejenigen, die Didi herausforderten, verschwinden zu lassen und Spuren von jeglichem Fehlverhalten zu beseitigen. Ein Beispiel für diese Behauptung ist die angebliche Schießerei eines Freundes von G. am 12. September 2022, nachdem Didi ein Camp für Autoren und Produzenten organisiert hatte. Berichten zufolge waren Didis Sohn Justin und andere Topmusiker ebenfalls beim Camp anwesend. An einem Abend wurde gesehen, wie G. mit Justin und Didi stritt. Der Streit verlagerte sich zur Toilette, nicht weit von Lil Rods Platz entfernt, und er hörte, wie der Streit sich zuspitzte. Dann, einige Sekunden später, hörte er Schüsse und eine Menschenmenge versammelte sich, während er sich fragte, was vor sich ging. Justin und Didi kamen ein paar Minuten später aus der Toilette, und dort wurde G. gesehen, wie er sich den Bauch hielt, aus dem Blut aus der Hüftgegend floss. Der Vorfall zog die Beamten des Los Angeles Police Department an, die den Tatort untersuchten, doch Nachrichtenagenturen berichteten, dass die Schießerei draußen durch einen Drive-by-Shooter geschah. Didi hatte die Anwesenden angewiesen, mit dieser Geschichte zu gehen, und alle hielten sich daran. Das zeigt nur, welches Maß an Autorität Didi über seine engen Mitarbeiter hatte. Er mag kein Gott sein, aber er verhielt sich definitiv wie einer und kontrollierte alle um ihn herum. Während wir in dieser Analyse fortschreiten, um eine Verbindung zwischen Didi und Hillary zu finden, versuchen wir zu verstehen, was wirklich falsch daran ist, eine Freak-Off-Party abzuhalten. Didis Freak-Off-Partys wurden Berichten zufolge in zahlreichen Social-Media-Videos als intime Zusammenkünfte beschrieben, die von intensivem Substanzgebrauch, großen Mengen Alkohol und umfangreichen Mengen Babyöl und Gleitmitteln geprägt sind. Diese Veranstaltungen sollen ursprünglich als seine berühmte Weiße Party begonnen haben, bei der der Dresscode und die Dekoration strikt weiß waren, was Luxus symbolisierte. Es wird behauptet, dass berühmte A-List-Promis wie Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Donald Trump und Mariah Carey häufig anwesend waren. Nach der ersten Party sollen ausgewählte Freunde von Didi geblieben sein, während die Party ausgelassener wurde. Diese Freak-Off-Partys waren angeblich durch Zwang gekennzeichnet, wobei Frauen unter Druck gesetzt wurden, aufwendige intime Handlungen auszuführen, während einige Gäste zusahen oder teilnahmen. Es wird behauptet, dass Didi die Aufführungen inszenierte und sich angeblich an unangemessenen Handlungen beteiligte, während er diese für sein Vergnügen aufnahm. Christina Koram, die angeblich das RICO-Unternehmen leitet, soll den Mitgliedern des Unternehmens Anweisungen gegeben haben, um die Unterhaltungskünstler lokal und international zu transportieren. Diese Aktionen sollen zu einem Menschenhandelring beigetragen haben, bei dem viele der Entertainer angeblich minderjährig und unter Druck gesetzt wurden. Diese Zusammenkünfte sollen eine stetige Versorgung mit kontrollierten Substanzen gehabt haben, die den Darstellern gegeben wurden, um die Compliance sicherzustellen. José Cruz, Didis IT-Direktor, hat sich Berichten zufolge von sozialen Medien zurückgezogen, da die Videos, die er angeblich über versteckte Kameras in Didis Wohnsitz aufnehmen musste, ihn belasteten. Diese Kameras sollen Didi unantastbar gemacht haben, da er angeblich Beweise gegen einflussreiche Personen besitzt, die ebenfalls an den Aktivitäten teilnahmen, die während der Zusammenkünfte stattfanden. Es wird behauptet, dass erwachsene Entertainer aus der ganzen Welt zu Didis Partys kamen, um Unterhaltung zu bieten und angeblich einige von ihnen in nicht einvernehmliche Aktivitäten gedrängt wurden. Danach schickt er ihnen vier Beutel, um ihnen zu helfen, sich von der Erfahrung zu erholen. Adria English hat sich angesichts all der gegen Didi erhobenen Vorwürfe aus ihrer Deckung gewagt, um dem Fall eine Stimme zu verleihen, da Didi selbst die Authentizität aller über sein Verhalten gemachten Vorwürfe bestritten hat. Adria verklagt Didi wegen Zwangs, da sie gezwungen wurde, bei einer seiner weißen Partys schwarz zu tragen, was ihre Verfügbarkeit für intime Begegnungen mit Gästen signalisierte. Die Vorwürfe wurden mittlerweile von Didis rechtlichem Vertreter als nicht substanzhaltig zurückgewiesen, da Adria keine Beweise zur Untermauerung ihrer Behauptung hat. Der Fall hat sich inzwischen kompliziert, da der für ihren Fall zuständige Anwalt aufgrund von Adrias mangelnder Kooperation in ihrem Verhalten und dem Ton, in dem sie mit dem Anwalt spricht, zurückgetreten ist. Nun wollen wir uns die neuen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Strafverfahren anschauen, das Didi derzeit durchläuft, und einige der schockierenden Details, die dies für Didi und andere, die möglicherweise mit ihm in Verbindung stehen, offenbart hat. In der strafrechtlichen Anklage wegen Menschenhandels gegen Didi wurde am Donnerstag ein neuer Richter zugewiesen. Ein Eintrag im Gerichtsprotokoll deutete darauf hin, dass der Fall an Richter Arun Subramanian übertragen wurde, der 2022 von Präsident Joe Biden nominiert wurde und 2023 sein Amt antrat. Subramanian verbrachte den Großteil seiner Karriere als Zivilrechtler in komplexen Streitigkeiten bei der Kanzlei Susman Godfrey. Bevor er der Kanzlei beitrat, arbeitete er als Law Clerk für die oberste Richterin Ruth Bader Ginsburg. Eine Erklärung für den Wechsel wurde nicht gegeben. CNN hat sich an das Gericht, die Anwälte von Colms und das US-Anwaltsbüro für den südlichen Distrikt von New York gewandt, um einen Kommentar zu erhalten. Diddys Fall wurde zunächst Richter Andrew Carter zugewiesen, der 2011 von Präsident Barack Obama nominiert wurde. Berichten zufolge verweigerte Carter Colms die Kaution und ordnete an, dass er im Gefängnis verbleiben sollte. Während er auf seinen Prozess wartete, sagte der Richter am Ende einer langen Gerichtsverhandlung, dass er keine Bedingungen finden könne, die ihn dazu bringen würden, Diddy freizulassen, angesichts der Vorwürfe wegen Zeugenbeeinflussung und körperlicher Übergriffe. Ist dieser Grund ausreichend? Ist dies ein eklatanter Machtmissbrauch zugunsten von Diddy? Dieser Fall ist noch lange nicht abgeschlossen. Angesichts der verhafteten Sex-Trafficking-Anschuldigungen des in Ungnade gefallenen Rap-Moguls hat die jüngste Anklage gegen Diddy nicht nur für Aufregung gesorgt, sondern auch massive Wellen durch die politische Welt geschlagen. Alle reden jetzt darüber, wie dieser Fall möglicherweise in einem größeren Geflecht verwickelt ist, als ursprünglich angenommen. Diddys frühere Verbindungen zu einflussreichen Persönlichkeiten wie Donald Trump, Kamala Harris und Barack Obama geraten nun ins Visier. Bemerkenswerterweise traf Obama Diddy erstmals 2004, als der Rapper Unterstützung für die Demokraten vor der Demokratischen Nationalversammlung dieses Jahres mobilisierte. Zu diesem Zeitpunkt interviewte Diddy Obama für MTV und lobte ihn für seine Bemühungen, die Wähler zu mobilisieren. Diddys Vermögen wuchs in den 2000er Jahren auf über 700 Millionen Dollar, ebenso wie sein Einfluss. Er wurde schnell zu einem prominenten Unterstützer der Demokraten und nutzte seine Plattform, um die Partei in mehreren Wahlzyklen zu unterstützen. Es gibt Gerüchte, dass sie ihn durch das Übersehen aller Diddys Verfehlungen unterstützt haben. 2004 interviewte Diddy sowohl Obama, der damals für den Senat in Illinois kandidierte, als auch Hillary Clinton. Aufnahmen seines kurzen Interviews mit Obama tauchten nach Diddys Festnahme wegen Sexualdelikten wieder auf, indem Obama Diddys Bemühungen lobt und sagt, das ist ein wichtiger Teil des Gebens. Er muss das nicht tun. Aber das ist ein wichtiger Teil des Gebens. Ihr Austausch wirkte fröhlich, als Diddy sich scherzhaft entschuldigte, dass er nicht schwitzte, während Obama spielerisch seinen Kopf mit einer Serviette abtupfte. Diddy unterstützte Obamas erfolgreiche Präsidentschaftskampagne 2008 und veranstaltete nur wenige Tage vor der Wahl eine Last Chance for Change Veranstaltung in Florida. Ähnlich wie Obama sind auch die Konservativen in diese Kontroversen verwickelt. Und Vizepräsidentin Kamala Harris wird in einem Video gezeigt, in dem sie den Rapper für die Ausrichtung eines Town Halls zur Rassengleichheit während ihrer Präsidentschaftskampagne 2019 lobt. Der Tweet hob die Bedeutung hervor, wie das Coronavirus die Rassendiskriminierung und gesundheitliche Ungleichheiten verschärft. Einige Menschen wiesen jedoch darauf hin, dass Diddys Status als Hip-Hop-Ikone ihn zwangsläufig in Kontakt mit vielen einflussreichen Persönlichkeiten einschließlich Harris und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump brachte. Tatsächlich gibt es Fotos von Diddy und Trump, die 2005 bei einer Fundraising-Veranstaltung für die Rush Philanthropic Foundation in Mar-a-Lago aufgenommen wurden, als Trump noch ein registrierter Demokrat und ein bedeutender Geldgeber für die Partei war. Diddys Festnahme erfolgte nach einer Anklage durch eine große Jury und er wurde von Beamten des Heimatschutzministeriums in einem Hotel in Manhattan festgenommen. Ein Richter ordnete später an, dass er ohne Kaution festgehalten wird. Die Vorwürfe gegen Diddy beziehen sich auf Freak-Off-Sitzungen, bei denen er angeblich Frauen unter Druck setzte und ihnen Drogen verabreichte, um sie zu längeren sexuellen Aktivitäten zu zwingen. Die Staatsanwaltschaft hat über 50 Zeugen befragt und Laptops, Handys und externe Festplatten beschlagnahmt. Sie behaupten auch, Aufnahmen zu haben, die Diddys Beteiligung an der Zwangsprostitution der Opfer beweisen. Diddys Anwalt Mark Agnifilo argumentierte, dass sein Mandant nicht mit anderen hochkarätigen Personen verglichen werden sollte, die ähnlicher Verbrechen beschuldigt werden, wie R. Kelly und Jeffrey Epstein. Agnifilo erklärte, dass die Beweise auf Untreue und nicht auf Menschenhandel hindeuten und hob Diddys zehnjährige liebevolle Beziehung hervor. Es ist erwähnenswert, dass ein digital bearbeitetes Foto von Harris und Diddy, das online kursiert, als gefälscht entlarvt wurde. Das Originalbild zeigt tatsächlich Harris mit Montel Williams im Jahr 2001. Hat irgendjemand in Diddys Nähe etwas Belastendes gesagt? Was haben sie gesagt? Lassen Sie uns darauf eingehen. Diddys Fall erschüttert Hollywood. Und es gibt mehr. Ein hartnäckiges Gerücht plagt die Unterhaltungsindustrie seit Jahren, dass führende Film- und Musikstars in Netzwerke von Korruption, Menschenhandel, Drogenhandel und sogar satanischen Organisationen verwickelt sind. Ultrarechte Webseiten haben diese Verschwörungstheorie verbreitet. Jüngste Ereignisse deuten jedoch darauf hin, dass ein gewisser Wahrheitsgehalt hinter diesen Behauptungen steckt. Die Hashtag MeToo-Bewegung, ausgelöst durch den Fall von Harvey Weinstein, hat zur Festnahme von Musikproduzenten wie R. Kelly und zuletzt Diddy geführt. Diddys Fall sticht aufgrund seiner Verbindungen zu sowohl Unterhaltungsfiguren als auch Politikern hervor. Diddys rechtliche Probleme verschärften sich, als sein ehemaliger Bodyguard John Deal explosiv Enthüllungen im Podcast Art of Dialogue machte. Deal behauptete, Diddy besitze belastende Aufnahmen von Politikern, die an seinen berüchtigten Freak-Off-Sitzungen beteiligt waren. Diese Aufnahmen könnten Diddys Fall mit einem umfassenderen Korruptionsskandal in New York City verbinden und für weit verbreitete Schockreaktionen sorgen, wobei viele sich fragen, was hinter all dieser Kontroverse verborgen sein könnte. Ein ehemaliger Benutzer bezeichnete Diddy sogar als Sündenbock. Dr. Uma Johnson, ein prominenter schwarzer Aktivist und Psychologe, hat mit seinen Behauptungen Kontroversen ausgelöst, dass Diddys rechtliche Probleme eine gezielte Ablenkung von wichtigen Themen darstellen. Johnson deutet an, dass Diddys zeitliches Auftreten verdächtig ist und impliziert, dass er als Sündenbock für korrupte Politiker herhalten soll. Er glaubt, dass der plötzliche Fokus auf Diddy dazu dient, die Aufmerksamkeit von wichtigen politischen Entscheidungen und Gesetzen abzulenken, die im Verborgenen vorangetrieben werden. Johnsons Theorie gewann in den sozialen Medien an Bedeutung, wobei viele über sein Video auf X diskutieren. Er argumentiert, dass der Medienrummel um Diddy eine strategische Maßnahme ist, um die schwarze Gemeinschaft von der Forderung nach Rechenschaftspflicht gegenüber Politikern wie Vizepräsidentin Kamala Harris und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump abzulenken. Johnson weist auch darauf hin, dass ähnliche Fälle wie der von Hugh Hefner nicht das gleiche Maß an Aufmerksamkeit erhielten, was Fragen zu den Beweggründen hinter Diddys Verfolgung aufwirft. Darüber hinaus kritisiert er das Fehlen konkreter Beweise gegen Diddy, was weitere Debatten anheizt. Diese Einsichten befeuern nur Deals Behauptung, dass dies größer ist als nur Diddy. Es ist alles größer als Diddy. Deal deutete an, dass er davon absehen sollte, Namen zu nennen. Seine Aussagen haben Spekulationen entfacht und Fragen über das Ausmaß von Diddys Beteiligung und mögliche Verbindungen zu mächtigen Persönlichkeiten aufgeworfen. Während die Ermittlungen voranschreiten, ist eines sicher. Das dunkle Innenleben der Unterhaltungsindustrie könnte ans Licht kommen und die Konsequenzen werden weitreichend sein. Diddy könnte in große Schwierigkeiten geraten, wenn diese Aufnahmen ans Licht kommen. Was hat zu dieser Situation geführt? Wie hat Diddys Vergangenheit eine dunkle Wolke über diese aktuellen Kontroversen geworfen? Bleiben Sie dran und erfahren Sie mehr. Ein bösartiges Netzwerk hat Deal wörtlich den Rücken freigehalten während seiner frühen Jahre in der Branche. Der ehemalige Bodyguard hat Licht auf Diddys erstaunliche Transformation geworfen. Er schützte Diddy in den 1990ern und war Zeuge der Evolution des Rappers in das, was er als Monster beschreibt. Deal schreckte nicht davor zurück zu sagen, dass Diddys Metamorphose das Produkt der dunkleren Kräfte der Musikindustrie war. Puff wurde nicht als Monster geboren. Er wurde zu einem gemacht, betonte er und deutete an, dass Diddys Umgebung und Erfahrungen sein problematisches Verhalten prägten. Eine Enthüllung, die weiter auf Diddys Schuld hindeutet. Deal elaborierte weiter, dass Diddys Verhalten gegenüber anderen spiegelte, was ihm angetan wurde. Er tat den Menschen das an, was ihm angetan wurde. Und das ist erlerntes Verhalten, bemerkte Deal und deutete auf einen Zyklus von Missbrauch und Ausbeutung hin. Deals offene Einsichten bieten eine nuancierte Perspektive auf Diddys Aufstieg zur Macht und die potenziellen Folgen des Navigierens in der rücksichtslosen Musikindustrie. Sein Bericht wirft wichtige Fragen über die Auswirkungen toxischer Umgebung und die langfristigen Effekte auf Einzelpersonen und deren Umfeld auf. Diese Aussage fügt der laufenden Diskussion über Diddys rechtliche Probleme und sein Privatleben zusätzliche Tiefe und eine weitere Wendung hinzu und lädt zur Reflexion über die Komplexität von Ruhm, Macht und Verantwortung ein. Die Vorwürfe gegen Diddy sind zahlreich, aber es ist klar, dass seine Vergangenheit seiner Gegenwart nicht zuträglich ist. Deal ist der Meinung, dass Diddys Anklage nicht nur mit seinen angeblichen Verbrechen zu tun hat, sondern auch mit einer Welle von Korruption und Rücktritten unter hochrangigen Beamten in New York. Er deutete an, dass die Leute das nicht miteinander verbinden werden, aber es scheint, als würden die Teile beginnen, sich zusammenzufügen. Was Diddy betrifft, so bleibt er bei seiner Unschuld, aber Deal bezeichnet diesen Moment als Karma für ihn. Aufgrund vergangener Handlungen kam er zu dem Schluss, dass Diddys Festnahme als eine der größten Tragödien im Hip-Hop angesehen werden könnte. Er verglich sie mit den berüchtigten Todesfällen von Tupac und Biggie Smalls und bemerkte, dass Diddy sich selbst in diese Situation gebracht habe. Deal sagte, Diddy wisse, dass er falsch gehandelt habe und er habe daraus gelernt, dass sein Verhalten nicht richtig war. Wird dieser Skandal Diddy zu Fall bringen oder wird er zu einem noch größeren Umbruch in der Musikindustrie führen? Das bleibt abzuwarten, aber eines ist sicher. Das Drama hat gerade erst begonnen. Lassen Sie uns die Namen herausfinden, die weiter mit diesem Fall in Verbindung stehen. Eine Liste von Prominenten, die mit Diddy verbunden sind, ähnlich wie die Epstein-Liste, kursiert in den sozialen Medien. Die angebliche Liste enthält Namen wie Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Beyoncé, Ashton Köttcher, Paris Hilton, Howard Stern, Russell Brandt, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Russell Simmons, Usher und Megan Fox. Diese Liste wurde viral, als Usher und Pink ihre alten Beiträge löschten und Spekulationen aufkamen, dass Justin Bieber möglicherweise ein Opfer von Diddy gewesen sei. Bislang wurde niemand im Diddy-Skandal belastet, obwohl es nur eine Frage der Zeit zu sein scheint, nachdem Namen wie Barack Obama und Donald Trump erwähnt wurden. Anscheinend ist niemand mehr sicher. Usher, der einst bei Diddy lebte, erklärte, sein Account sei gehackt worden, was der Grund für das Verschwinden seiner früheren Beiträge sei. Dies geschah, als eine frühere Aussage von ihm, in der er behauptete, er habe während seines Aufenthalts bei Diddy Wilde Dinge gesehen, wieder auftauchte. Neben Usher und Pink löschte auch Megan Fox alle ihre Beiträge auf Instagram und X, was Spekulationen über ihre Verbindung zu Diddy auslöste. Ein altes Video von Khloe Kardashian, in dem sie behauptet, sie habe an einer von Diddys Nacktpartys teilgenommen, tauchte auf, indem sie über Kims Erfahrungen auf dieser wilden Party sprach. Diddy war Justin Biebers Mentor, aber Biebers Sprecher sagte, er versuche, sich nicht auf Diddys Anklagen und Vorwürfe zu konzentrieren. Justin sei seit seiner Vaterschaft in einer glücklichen Blase. Während die Liste der Hollywood-Promis länger wird, schweigen sie über Diddys Festnahme. Ein an der Razzia in Diddys Haus beteiligter Beamter verglich ihn mit Jeffrey Epstein und stellte fest, dass Diddy Teil des gleichen sozialen Kreises wie Epstein und Harvey Weinstein gewesen sei. Der Beamte behauptete, dass es 15 Jahre wilder Partys gegeben habe und deutete an, dass nicht jeder, der anwesend war, in den Menschenhandel verwickelt sei, sie jedoch unangemessenes Verhalten beobachteten. Er betonte, dass viele wussten, was vor sich ging, insbesondere als die Dinge spät in der Nacht expliziter wurden. Warum sprechen alle über diese Partys als Verbindung zwischen diesen Prominenten? Was geschah wirklich auf diesen Partys? Lassen Sie uns die Einzelheiten dieser wilden Partys erkunden, die Diddy zum Bindeglied zwischen Hollywood und der Politik machten. Diddys Freak-Off-Partys werden auf Seite 6 der 14-seitigen Anklageschrift beschrieben. Die Freak-Offs, ein Begriff, den Diddy prägte, werden als aufwendige und inszenierte Sex-Aufführungen beschrieben, die Diddy im Voraus plante, leitete und oft elektronisch aufzeichnete. Bei der Organisation dieser Freak-Offs soll Diddy mit Hilfe von Mitgliedern und Mitarbeitern des Coms Enterprises kommerzielle Sexarbeiter über Staatsgrenzen hinweg und international transportiert haben. Diese wilden Partys sollen regelmäßig stattgefunden haben und manchmal mehrere Tage gedauert haben. Das Dokument beschreibt auch, was angeblich während dieser Veranstaltungen geschah. Es wurde festgestellt, dass Diddy den Opfern eine Vielzahl kontrollierter Substanzen verteilte, um sie gehorsam und gefügig zu halten, manchmal ohne das Wissen der Opfer. Berichten zufolge hat Diddy auch Videos aufbewahrt, die er von Opfern gemacht hat, die Sexakte mit kommerziellen Sexarbeitern ausführten. Auf der siebten Seite der Anklageschrift behaupteten die Staatsanwälte, dass Mitglieder und Mitarbeiter des Comps Enterprises, darunter hochrangige Vorgesetzte, Sicherheitskräfte, Haushaltsmitarbeiter, persönliche Assistenten und andere Geschäftsangestellte von Comps, die Freak-Offs ermöglichten. Dies ergibt eine lange Liste von Personen, die damit in Verbindung stehen, indem sie die Hotelzimmer nach den Freak-Offs aufräumten, um Schäden zu minimieren und Reisen für Opfer und kommerzielle Sexarbeiter organisierten. Sie sorgten dafür, dass nichts Unkontrolliertes ein- oder ausging. Natürlich waren Substanzen beteiligt, die von den Strafverfolgungsbehörden während der Razzien in Didis Häusern schnell beschlagnahmt wurden. Die Dokumente behaupten auch, dass Didi die Opfer physischer, emotionaler und verbaler Misshandlung aussetzte, um sie dazu zu bringen, an Freak-Offs teilzunehmen. Didi kontrollierte auch seine Opfer durch körperliche Gewalt, Versprechen von Karrierechancen, das Gewähren und Drohen von finanzieller Unterstützung sowie andere koersive Mittel, darunter die Überwachung ihres Aufenthaltsorts, das Diktieren des Erscheinungsbilds der Opfer, das Überwachen ihrer medizinischen Unterlagen, das Kontrollieren ihrer Unterkunft und die Bereitstellung kontrollierter Substanzen. Wie konnten diese Dinge so lange geheim bleiben? Was ist Justin Biebers Verbindung zu diesen Geheimnissen? Lassen Sie uns das genauer betrachten. Kein Zugang zu Didis Zimmer. Jüngste Vorwürfe gegen Musikmogul Sean Didi Combs haben neue Einblicke in einen Besuch des tansanischen Bongo Flowstars Diamond Platnums im Jahr 2018 in Didis Haus gegeben. Was zunächst als hochkarätiges Treffen angesehen wurde, wirft nun beunruhigende Fragen auf. Laut Diamonds Manager Babu Thala wurde die Gruppe einschließlich Swiss Beats zu Didis Villa eingeladen, um eine Nacht voller Spaß und Networking zu verbringen. Doch bei ihrer Ankunft intervenierte Swiss Beats und lenkte sie von Didis privatem Bereich ab. Diese Entscheidung erscheint nun angesichts der zunehmenden Vorwürfe gegen Didi unheimlich passend. In einem Interview von 2021 deutete Diamond an, dass während des Besuchs Dinge geschahen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren, da sie Auswirkungen auf die Zukunft hatten. Diese kryptischen Kommentare, gepaart mit den aktuellen Vorwürfen, lassen darauf schließen, dass hinter dem Besuch mehr steckte als zunächst angenommen. Während Diamond und sein Team Didis Villa ohne Zwischenfälle verließen, haben die sich entfaltenden rechtlichen Auseinandersetzungen um den Hip-Hop-Mogul einen neuen Blick auf ihre Begegnung mit seiner Welt geworfen. Was einst als glamouröse Gelegenheit galt, mit einer Musiklegende Kontakt zu knüpfen, erscheint nun als eine enge Begegnung mit einer viel dunkleren Realität. Ein weiterer Name, der möglicherweise etwas gesehen hat und still blieb, ist Justin Bieber. Didi war einst Justin Biebers größte Inspiration, doch nun ist er ein entfernter Schatten in seinem Leben. Verschwörungstheorien sind aufgekommen, warum Justin Bieber sich von Didi distanziert. Ein Video aus dem Jahr 2021 tauchte kürzlich wieder auf, in dem Didi Justin Bieber abtastet, um zu sehen, ob er ein Wanzen oder etwas trägt, das Geheimnisse preisgeben könnte. Diese Aktion kam, nachdem Didi bemerkt hatte, dass Justin Bieber aufgehört hatte, mit ihm abzuhängen. Diese Erzählung untermauert weiter die Behauptung, dass dies größer ist als Didi selbst. Musikmogul Sean Didi Combs wurde von Bundesbeamten in einem Hotel hier in New York City festgenommen. Sean, ich möchte dir danken, denn du hast immer eine Art, Menschen zusammenzubringen. Jüngste Aufnahmen von Didi, der mit Vizepräsidentin Kamala Harris auf einer prunkvollen Party mingelt, haben erhebliches Aufsehen und Spekulationen ausgelöst. Die Interaktion zwischen den beiden prominenten Persönlichkeiten wirft Fragen über die Art ihrer Beziehung und ihre potenziellen Auswirkungen auf sowohl die Politik als auch die Unterhaltungsindustrie auf. Was bedeutet diese neu gefundene Verbindung für ihre jeweiligen Karrieren? Könnte sie die öffentliche Wahrnehmung verändern und zukünftige politische Allianzen beeinflussen? Die jüngsten Kontroversen um Sean, Didi Combs und Vizepräsidentin Kamala Harris haben vor allem aufgrund eines digital bearbeiteten Fotos, das sie fälschlicherweise zusammenzeigte, große Aufmerksamkeit erregt. Dieser Vorfall unterstreicht das weit verbreitete Problem der Fehlinformation und die Leichtigkeit, mit der falsche Narrative verbreitet werden können, insbesondere in sozialen Medien. Die Kontroversen begannen, als ein manipuliertes Bild online auftauchte, das Harris und Didi zusammenzeigte. Dieses Bild wurde weit verbreitet, auch von ehemaligen Präsidenten Donald Trump auf seinem Truth Sozial Account. Das betreffende Foto war tatsächlich eine bearbeitete Version eines Bildes aus dem Jahr 2001, das Harris mit dem ehemaligen Talkshow-Moderator Montel Williams und seiner Tochter bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung zeigt. In der bearbeiteten Version wurde Williams Gesicht durch Didis ersetzt, was den irreführenden Eindruck einer vergangenen Verbindung zwischen Harris und Didi erzeugte. Diese Manipulation verdeutlicht, wie Bilder aus dem Kontext gerissen werden können, was zu Verwirrung und falschen Annahmen führt. Der Zeitpunkt dieser Kontroversen ist bemerkenswert, da er mit Didis jüngsten rechtlichen Schwierigkeiten zusammenfällt. Er wurde festgenommen und wegen schwerwiegender Straftaten, einschließlich Menschenhandelserpressung und Transport zur Prostitution, angeklagt. Neue Überwachungsaufnahmen zeigen, wie KOMS in Gewahrsam genommen wird, Diese Anklagen haben Didis mediale Aufmerksamkeit erheblich erhöht und das gefälschte Foto wurde verwendet, um ein falsches Narrativ zu suggerieren, das Harris mit seinen angeblichen kriminellen Aktivitäten verknüpft. Das Originalfoto, das bei der Race to Erase Multiple Sclerosis Gala im Jahr 2001 aufgenommen wurde, zeigt Harris mit Montel Williams, mit dem sie kurzzeitig liiert war, und seiner Tochter. Das Bild ist harmlos und hat nichts mit Didi zu tun. Durch die Manipulation geht jedoch der ursprüngliche Kontext verloren und die Menschen könnten falsche Meinungen auf der Grundlage des irreführenden Bildes bilden. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit kritischen Denkens beim Konsum von Medien, insbesondere auf Plattformen, wo Informationen schnell verbreitet werden. Die Beteiligung des ehemaligen Präsidenten Trump an der Verbreitung des bearbeiteten Bildes hat das Feuer weiter angeheizt. Trump hat eine Geschichte der Verbreitung manipulierten Bildmaterials und Fehlinformationen, oft um politische Gegner anzugreifen. In diesem Fall beinhaltete sein Teilen des gefälschten Fotos auf Truth Social eine Bildunterschrift, die Harris-Beteiligung an Didis angeblichen Freak-Offs, einem in der Anklage verwendeten Begriff zur Beschreibung der angeblichen sexuellen Handlungen mit Didi infrage stellte. Dieser Beitrag wurde später gelöscht, aber nicht, bevor er weit verbreitet und geteilt wurde. Donald Trump repostete ein bearbeitetes Bild von Kamala Harris auf seinem Truth Social Account. Die Verbreitung solcher Fehlinformationen kann das öffentliche Vertrauen in politische Figuren und Institutionen erheblich beeinträchtigen. Die Harris-Kampagne hat sich nicht zu dem bearbeiteten Foto geäußert, während die Trump-Kampagne ebenfalls zu diesem Thema geschwiegen hat. Dieses Schweigen könnte darauf hindeuten, dass beide Kampagnen sich der potenziellen Folgen einer Auseinandersetzung mit der Kontroversen bewusst sind. Nichtsdestotrotz dient der Vorfall als Erinnerung an die Bedeutung der Überprüfung von Informationen, bevor man sie teilt, insbesondere in einem politisch aufgeladenen Umfeld. Die Kontroversen um das bearbeitete Foto haben Fragen über die Auswirkungen von Fehlinformationen in der Politik aufgeworfen. Wie beeinflusst dieses falsche Narrativ Kamala Harris öffentliches Image und welche Implikationen haben ihre früheren Interaktionen mit Diddy? Lassen Sie uns die Verbindungen weiter erkunden. Ein aktueller Tweet von Vizepräsidentin Kamala Harris, in dem sie Sean Diddy Combs dankt, hat besonders nach Diddys jüngster Festnahme wegen schwerwiegender Anklagen für Diskussionen gesorgt. Am 10. April 2020 twitterte Kamala Harris ihren Dank an Diddy für die Ausrichtung eines Town Halls, der sich damit befasste, wie Covid-19 die Rassengleichheit und Gesundheitsungleichheiten betrifft. Der Tweet lautete Danke Diddy, dass du letzten Abend diesen Town Hall veranstaltet hast. Für unsere Gemeinschaften steht viel auf dem Spiel und es ist wichtig, dass wir hervorheben, wie das Coronavirus die rassische Ungleichheit und Gesundheitsungleichheiten perpetuiert. Zu diesem Zeitpunkt wollte Harris die überproportionale Auswirkung der Pandemie auf Minderheitengemeinschaften ansprechen. Ein Thema, das entscheidend und relevant war. Der Kontext dieses Tweets hat sich jedoch dramatisch verändert. Hey zusammen, es ist schön, heute Abend mit euch zu sein. Sean, ich möchte dir danken, denn du hast immer eine Art, Menschen zusammen zu bringen. Am 16. September 2024 wurde Diddy wegen schwerwiegender Anklagen einschließlich Menschenhandels und Erpressung angeklagt. Die Anklageschrift behauptet, dass Diddy Teil einer langjährigen kriminellen Organisation war, die sowohl Frauen als auch Männer durch Zwang, Drogen und Gewalt ausbeutete. Diese Anklagen haben erhebliche mediale Aufmerksamkeit und Scrutiny auf sich gezogen und werfen einen Schatten auf Diddys öffentliches Image und seine früheren Assoziationen. Die Wiederbelebung von Harris' Tweet hat in den sozialen Medien zu einer Welle von Reaktionen geführt. Viele Nutzer haben auf das unglückliche Timing ihres Tweets hingewiesen und oft den Ausdruck, das hat nicht gut gealtert verwendet. Einige haben Harris kritisiert und angemerkt, dass ihre frühere Verbindung zu Diddy schlecht für ihr Urteilsvermögen sei. Andere haben einen leichteren Ansatz gewählt und Humor verwendet, um mit der Situation umzugehen, indem sie Witze und Memes gemacht haben. Es ist wichtig zu beachten, dass der Townhall von 2020 nicht direkt mit Harris' Kampagne verbunden war. Die Veranstaltung wurde von Revolt TV organisiert, einem Netzwerk, das Diddy 2013 gegründet hat. Zu dem Zeitpunkt, als der Townhall stattfand, hatte Harris bereits ihre Präsidentschaftskampagne ausgesetzt. Die Veranstaltung war Teil umfassenderer Bemühungen, systemische Probleme zu behandeln, die durch die Pandemie verschärft wurden, und Harris' Teilnahme entsprach ihrem langjährigen Engagement für Rassen und soziale Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit.